Mit der automatischen Garnentfernung werden beim stationären Einsatz der Pelletpresse Premos die Bänder der aufzulösenden Großpacken automatisch aufgeschnitten, vom Ballen gezogen und sicher aufgewickelt sowie anschließend in einem Behältnis abgelegt, ohne dass eine Arbeitskraft Hand anlegen muss. Notwendige Ablaufänderungen erfolgen über eine Fernsteuerung. Aus der Arbeitssicherheit, dem Bedienkomfort, der Arbeitserleichterung und der Wirtschaftlichkeit ergibt sich ein hoher Kundennutzen. Für das System zur automatischen Garnentfernung wurde die Maschinenfabrik Bernhard Krone mit dem Innovation Award Agritechnica 2019 in Silber ausgezeichnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017